Ich bin Anita Farke und spreche die Exodablog News. Polizei will pro-palästinensisches Protestcamp am Kanzleramt auflösen. Polizei untersagt Durchführung eines pro-palästinensischen Protestcamps beim Kanzleramt. Nach Informationen, die kürzlich ans Licht gekommen sind, hat die Polizei die Einrichtung eines pro-palästinensischen Protestcamps nahe dem Kanzleramt in Berlin untersagt. Diese Entscheidung wurde bekannt gegeben, nachdem Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Ordnung rund um das Bundesgebäude geäußert wurden. Das protestierende Kollektiv, bestehend aus verschiedenen pro-palästinensischen Gruppen, plante das Camp als symbolischen Akt des Protests gegen das, was sie als ungerechte Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung betrachten. Allerdings gab die Polizei bekannt, dass solche Zusammenkünfte in derzeitiger Form nicht gestattet seien. Laut Behörden wurde den Organisatoren mitgeteilt, dass sie ihre Meinungsfreiheit auf andere, rechtlich zugelassene Weisen ausüben können, jedoch nicht durch die Errichtung von semi-permanenten Strukturen in der Nähe von Bundesgebäuden. Es wurde vorgeschlagen, dass sie den ordnungsgemäßen Antrag für eine Kundgebung einreichen, die in unmittelbarer Reichweite des Kanzleramts stattfinden könnte, aber ohne das Camp. Die Organisatoren haben sich nach dem Verbot durch die Polizei enttäuscht gezeigt und erklärt, sie werten diese Entscheidung als Einschränkung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung. Polizeisprecher argumentierten, dass die Entscheidung nicht politisch motiviert sei, sondern auf Gesetze zurückzuführen sei, die das Aufstellen von Strukturen in diesem Bereich verbieten. Weiterhin wurde betont, dass sie nur die Gesetzmäßigkeit und Ordnung aufrechterhalten müssten und das Recht jedes Einzelnen auf freie Meinungsäußerung respektierten. Dieser Vorfall unterstreicht einmal mehr die Sensibilität und die Komplexität des israelisch-palästinensischen Konflikts und seines Einflusses auch in Deutschland. Der Dialog zwischen den beteiligten Parteien wird als unverzichtbar angesehen, um auf friedliche Weise Fortschritte zu erzielen. Author Anita Falk, Freitag, 6.20. April, 4.20. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.